Okay, Leute, fickt euch einfach. Ich gehe jetzt da rein und schaue mich das jetzt an. So, verpisst euch! So, jetzt weiß ich, was das Problem war. Ich habe nachgesehen. Ich muss die ganze Taschenampe anhaben, damit sie sich verpissen, diese Missgeburten. Was wollt ihr machen, hä? Scheißkakerlackenfiecher. Fuck you euch alle. Was wollt ihr? Hä, was wollt ihr? Fuck you! Hier! Ah, komm! Okay. Ich brauche Leben. Ich verstehe nicht, warum die Kakerlacken mich angreifen. Bei dem einen Let's Play da, was ich da zugesehen habe, äh, kurz geschaut habe, haben die nicht angegriffen. Ist klar. Tittenbonus, ne? Tittenbonus. Sie wissen, was ein Kerl hier spielt. Nein, greifen den Kerl an. Wenn eine Frau spielt? Nein. Das ist ja Titten. Hm, 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 hm. Wir bevorzugen sie. Frauenquote. Äh, äh, äh. Ganz ehrlich, diese Frauenquote ist so unsinnlos. Da werden Frauen echt erniedrigt. Die werden sie nicht wegen ihrer Leistung aufgenommen, sondern weil das Gesetz das sagt. Ich komm, Ultima. Jetzt bin ich schon Kapitel 2? Das ist gerade der dritte Part. Aber ich muss schon sagen, die Musik ist schon geil. Nein! Und ich starb eines erbärmlichen Todes. Wie ist das? Äh, ja. Juhu! Ach, ich hasse jetzt schon das. So, komm, ihr Mistgestalten. Ja, ich hatte es fast geschafft. Soll ich wieder zurückgehen und Leben sammeln? Ach, ich bin ein Mann. Komm, das schaffe ich. Komm, ihr Mistgestalten. Komm, komm. Warte mal, ich hab die jetzt getötet. Komm, die jetzt nicht... Die kommen jetzt nicht mehr... Die kommen jetzt nicht mehr wieder. Das liebe ich an Nintendo. Wenn man einmal die getötet hat, kommen die nicht mehr wieder. Yay. Hoffe ich jetzt mal. Weil diese scheiß Kakerlacken mich nicht in Ruhe lassen. Komm her. Ich hab auch ein bisschen Liebe für dich. Nein! Nein! Fuck you! Boah! Ja, komm. Ja, Leute, ich hab sehr oft das Kapitel 2 hier jetzt wiederholt. Und wer will ein bisschen Schokoliebe? Ich hab sehr viel davon. Und klettert noch irgendein Spacken noch hier hoch. Kommt! Ich weiß, dass ihr es wollt. Spacken. Ach, so läuft das. Jetzt weiß ich, wie man kämpfen muss. Komm, 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 komm. Okay, ich sag ein Lichts. Ach, schönen Bauch hast du. Hast schön trainiert. Sehe ich gerade so. Komm. Naja, jetzt kommen die Monster ja nicht mal wieder. Hoffe ich jetzt mal. What the fuck? Mount Gun. Fuck. Joey. Oh, komm! Oh, komm jetzt. Ich habe jetzt nicht... Ich habe jetzt nicht so die Lust, die jetzt die ganze Zeit das nur machen. Das ist schon eine Fail-Folge. Ah, jetzt weiß ich, wie man kämpfen muss. Das ist ja geil. Ah, komm. Ich gehe mal ein bisschen Leben holen. Boah, dieser Herzschlag macht mich voll nervös. Das ist ja geil. Ja, komm, drück nicht um. Ich weiß nicht, wie die mich jetzt umgebracht haben, aber naja. Mir ist es jetzt am Schein... Mir ist es jetzt richtig egal. Ich werde abkratzen. Das weiß ich jetzt schon. Oder ich kämpfe einfach geschickt. Ich... Okay. Wo klettet einer hoch? Ach, leck mich. Ich mache jetzt Schluss. Wir sehen uns im nächsten Part.